Heute stelle ich dir meine neueste Entwicklung vor. Ein universell einsetzbares Under Canopy Light, das sich komplett frei einstellen lässt, passend für nahezu jede gängige Growbox. Es funktioniert nicht nur unter dem Netz, sondern auch als Zusatzlicht von oben. Perfekt, um schlecht ausgeleuchtete Bereiche in der Growbox zu verbessern. Das Ganze ist Teil eines modularen Systems, weiteres Zubehör ist bereits in Planung. Im letzten Video habe ich meinen aktuellen Scrogg-Durchgang vorgestellt. Damals war ich noch unsicher, ob ich entlaube oder lollipoppe oder ob ich es diesmal mit einer Under Canopy-Beleuchtung versuche. Ich habe mich entschieden, das Risiko einzugehen. Die Teile lagen sowieso bereit und ich will wissen, wie sich das auswirkt. Hast du schon selbst mit Licht unter dem Netz experimentiert? Schreib es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, was bei dir funktioniert hat. Die Idee dahinter. Auch die Blüten unterhalb des Netzes sollen Licht bekommen, damit sie gleichmäßig reifen und keine minderwertigen Popcorn-Buds entstehen. Ob sich der zusätzliche Stromverbrauch lohnt, ist unklar. Ich protokolliere den Energieeinsatz komplett. Am Schluss wird man sehen. Es gibt auch Risiken. Unter anderem, dass es die Pflanzen stresst oder sie sogar zwittern. Deshalb lasse ich das Zusatzlicht nur verkürzt laufen. Nicht über die volle Periode der Hauptlampe und verwende zusätzlich die Sonnenaufgangsfunktion des Spider-Farmer GGS-Controllers. Und ja, man könnte das bestimmt auch mit Kabelbindern und Klebeband zusammenpfuschen. Aber ich will mich ja schließlich nicht jedes Mal ärgern, wenn ich ins Zelt schaue. Um Zeit zu sparen, zeige ich hier nicht jeden einzelnen Schritt, nur den Überblick. Wenn du es nachbauen willst, schau dir mein Video zur Do-It-Yourself-Lampe mit Sunlight-Panels an. Dort erkläre ich die Grundlagen genauer. Ist hier oben verlinkt. Netzteil. Als Netzteil verwende ich wieder einen alten Bekannten aus meinem Do-It-Yourself-LED-Video. Das Philips Xitanium mit 75 Watt Leistung. Es liefert konstant 700 mAh Strom und deckt einen Spannungsbereich von 50 bis 105 Volt ab. Gedimmt wird es entweder über einen Potentiometer oder einen externen Controller. Ich habe mich dafür entschieden, weil es aktuell die günstigste verfügbare Lösung ist und von den Werten her zufällig perfekt passt. Natürlich funktionieren auch Netzteile anderer Hersteller. Je nach Anzahl und Typ der LEDs kann ein anderes Modell sogar erforderlich sein. Die LEDs. Als LEDs stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ich verwende 60 cm lange LED-Leisten mit 48 Samsung LM301H Dioden pro Stück. Die Farbtemperatur liegt bei 3000 Kelvin, also im warmweißen Bereich, was gut zur Blütephase passt. Eine Leiste nimmt maximal 28 Volt bei 900 mAh auf, was etwa 25 Watt entspricht. Ich betreibe sie mit 700 mAh statt der möglichen 900 mAh. Einfach, weil das Netzteil nicht mehr liefert und die volle Leistung hier auch nicht nötig ist. Damit komme ich trotzdem noch auf rund 20 Watt pro Leiste. Die Leisten sitzen in einer Aluschiene mit Kunststoffabdeckung, die sowohl als Kühlkörper als auch als Spritzschutz dient. Wasserdicht sind sie dadurch zwar nicht, aber für den Einsatz im Growzelt völlig ausreichend, solange man es mit der Bewässerung nicht übertreibt. Sunlight Evo Panels Eine weitere Option sind die Sunlight Evo Panels, baugleich mit den Modulen aus den aktuellen Evo-Lampen. Sie liefern maximal rund 60 Watt pro Modul und bieten Vollspektrum, eventuell ein Vorteil gegenüber den LED-Leisten. Was denkst du? Besser Vollspektrum oder die 3000 Kelvin von unten? Der Nachteil der Sunlight-Module, sie benötigen einen separaten Kühlkörper. Theoretisch lässt sich dafür auch der verlinkte Kühlkörper von Amazon verwenden. Er ist allerdings deutlich überdimensioniert. Ich habe mich deshalb für eine andere Lösung entschieden. Ein Aluminium-Rechteckrohr in 70 x 25 mm mit 2,5 mm Wandstärke. Das ist günstig, überall erhältlich und lässt sich auch mit einer Handsäge und Pfeile problemlos bearbeiten. Ideal für alle, die keine Werkstatt zur Verfügung haben. Ursprünglich war geplant, daraus eine modulare Lampe zu bauen. Deswegen habe ich auf der Oberseite ein 63 mm großes Loch hineingefräst, um einen Lüfter zur Kühlung zu befestigen. In der Praxis zeigt sich aber, bei reduzierter Leistung bleibt das System auch passiv kühl. Und ohnehin sollte man den Pflanzen nicht zu viel Licht von unten geben. Für maximale Flexibilität habe ich trotzdem eine 60 mm Lüfterhalterung konstruiert, die sich seitlich aufstecken lässt. Wer aktiv kühlen möchte, kann sie einfach nachrüsten. Für meinen aktuellen Versuch bleibe ich erstmal trotzdem bei den LED-Leisten. Sie lassen sich vermutlich näher an die Pflanzen bringen. Ob das wirklich besser ist, wird sich noch zeigen. Rohre Für das Gestell kommen die bereits im Space Booster Video gezeigten 16 mm Kunststoffkabelrohre zum Einsatz. Diese sind in jedem Baumarkt erhältlich, kosten wenig und lassen sich mit einem einfachen Teppichmesser zuschneiden. Weiteres Werkzeug ist nicht nötig. Trotz des geringen Gewichts bieten sie ausreichende Stabilität und können individuell an unterschiedliche Zeltgrößen angepasst werden. Kabel Je nach verwendeten LEDs sind unterschiedliche Kabeltypen erforderlich. Für die Sunlight Module eignet sich ein Standardstromkabel mit 2x0,75 Quadrat. Der entsprechende Typ ist verlinkt. Dasselbe Kabel kann auch für die LED-Leisten verwendet werden. Zusätzlich wird für die Reihenschaltung der Leisten eine einzelne Ader benötigt. Ich nutze hierfür 1,5 Quadratmillimeter. Das ist elektrisch mehr als ausreichend. Stecker Zur Verbindung verwende ich wieder die bewährten zweipoligen SP-17 Stecker. Bekannt aus dem letzten Lampenvideo. Alternativ lassen sich auch Vagoklemmen einsetzen, je nach persönlicher Vorliebe oder Budget. Die passenden Links findest du in der Videobeschreibung. Druckteile Für alle gängigen Zeltrohrdurchmesser zwischen 16 und 25 mm gibt es passende Halterungen. Die Querrohre sind standardmäßig auf 16 mm ausgelegt. Um eine werkzeugfreie Montage zu ermöglichen, sind alle Schrauben mit Sterngriffen ausgelegt. Die Druckteile bestehen aus PETG. Es ist deutlich zäher als PLA und eignet sich besser für mechanisch belastete Bauteile. Noch nicht im Video zu sehen, aber ebenfalls enthalten Endkappen für die LED-Leisten. Wenn du eigene Ideen oder Anpassungswünsche hast, kannst du sie mir gerne mitteilen. Ich schaue dann, ob und wie sich das umsetzen lässt. Viele meiner Druckdaten gab es bisher kostenlos. Diesmal steckt deutlich mehr Entwicklungsarbeit im Projekt. Deshalb biete ich die STL-Dateien gegen eine kleine Gebühr in meinem Shop an. Was im Video wie ein einfaches Do-It-Self-Projekt aussieht, bedeutet in Wirklichkeit mehrere Tage Konzeption, CAD-Design, Prototypen, Testläufe, Anpassung und Videoproduktion. Ich mache das gern und habe noch viele weitere Ideen in Planung. Wie schnell und auf welchem Niveau ich diese umsetzen kann, hängt auch von eurer Unterstützung ab. Mit jedem Kauf, zum Beispiel der STL-Dateien, unterstützt du diesen Kanal direkt und machst neue Projekte überhaupt erst möglich. Danke dafür. Verkabelung. Die Verkabelung hängt davon ab, welche LEDs verwendet werden. In meinem Fall kommen vier der gezeigten LED-Leisten zum Einsatz. Sie werden in Reihe geschaltet, also hintereinander. Eine Parallelschaltung sollte vermieden werden, da dies unter ungünstigen Bedingungen zur Zerstörung einzelner LEDs führen kann. Bei der Reihenschaltung addieren sich die Spannungen der Module. Der Strom bleibt gleich. Das ist wichtig, da LED-Netzteile typischerweise Konstantstrom liefern. Im Gegensatz zu einem Motor, der sich nur den Strom zieht, den er benötigt, muss bei LEDs der Strom exakt vorgegeben werden, sonst gehen sie kaputt. Die von mir verwendeten Leisten sind für maximal 900 mA ausgelegt. Das verwendete Netzteil liefert 700 mA, also ideal geeignet. Merke. LED-Leisten nur in Reihe schalten. Netzteil nach Stromstärke auswählen, nicht nach Spannung. Gesamtspannung der LED-Module addieren und prüfen, ob sie zum Spannungsbereich des Netzteils passt. Die gesamte Konstruktion basiert auf M4-Schrauben, Muddern und Unterlegscheiben. Eine vollständige Übersicht aller benötigten Längen und Stückzahlen liegen den Druckdaten als PDF bei. Dort sind auch sämtliche Druckteile mit Positionen und zugehöriger Funktion aufgeführt. Nur an den Steckern war der Einsatz von M3-Schrauben aus Platzgründen notwendig. Die Aussparungen für die Muddern sind bewusst straff ausgelegt, damit sie zuverlässig halten und nicht herausfallen. Für die Montage ist etwas Kraft erforderlich. Ich verwende dafür eine Knippex-Parallelzunge. Alternativ kann man die Muddern mit zwei großen Unterlegscheiben und einer Schraube vorsichtig in die Öffnungen ziehen. Netzteilumbau Im Do-It-Yourself-Grow-Lampen-Video habe ich ein Netzteil mit Podi zum Dimmen verwendet. Dieses Mal möchte ich jedoch den Spyder Farmer Controller einsetzen, ohne das Netzteil komplett neu zu bauen. Dafür habe ich die Dimmerseite des Netzteils umgebaut und den Halter leicht angepasst. Statt des Podis sitzt dort nun eine RJ11-Buchse mit Schraubklemmen. So lässt sich das Netzteil direkt mit einem Standard RJ12-Kabel an den Spyder Farmer Controller oder eine der Steckerleisten anschließen. Die Lampe kann dann vollständig über den Controller gesteuert werden. Wichtig, für den Anschluss von Lampe oder Lüfter ist immer ein Spyder Farmer Geräteadapter erforderlich. Nur Sensoren dürfen direkt an den Controller oder die Steckerleiste angeschlossen werden. Und weil es anscheinend zu Missverständnissen kam, die Spyder Farmer Steckerleisten funktionieren auch ohne GGS-Controller. Sie lassen sich genauso direkt per App steuern. In diesem Video zeige ich das Under Canopy Light exemplarisch an einer Homebox Q40. Der eigentliche Einsatz im großen Zelt folgt im nächsten Update. Dort sind dann auch die Pflanzen zu sehen. Der Grund, sobald im Video spezielle Pflanzen auftauchen, wird es automatisch all das beschränkt und demonetarisiert. Ich denke, die Funktionsweise lässt sich auch so gut nachvollziehen. Da die LED-Leisten mit 60 cm Länge nicht in die kleine Q40 passen, habe ich sie zur Demonstration nach außen montiert. Im echten Betrieb sind sie selbstverständlich nach innen gerichtet. Wie man sieht, lässt sich das Licht flexibel ausrichten. Die Leisten können in jedem gewünschten Winkel auf das Blätterdach gerichtet werden. Durch Anpassung der Rohrlängen und passende Halterungen kann die Konstruktion an jede gängige Zeltgröße angepasst werden. Die Halterung ist so konzipiert, dass auch eine Zusatzbeleuchtung von oben möglich ist. In meinem Fall hängt die Hauptlampe bereits ganz oben und der Abstand zum Blätterdach ist zu gering. Dadurch ist die Ausleuchtung an den Rändern schwach. Eine zusätzliche LED-Leiste links und rechts oben am Rand kann hier gezielt für Ausgleich sorgen. Aktuell überlege ich, ob ich zwei Leisten über dem Netz und zwei darunter montiere. Oder alle vier unter dem Netz platziere und zusätzlich Sunlight Panels oben ergänze. Was denkst du? Lieber mehr Licht von unten oder zusätzlich von oben und unten? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Direkt nach diesem Video baue ich das System ins große Zelt ein. Jetzt ist Mitte der fünften Blütewoche. Ich halte nun das Risiko für Zwittern durch zusätzliche Lichtquellen für sehr gering. Nach etwas Recherche bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Under Canopy Light nicht über die gesamte Lichtperiode laufen sollte, um Stress für die Pflanzen zu vermeiden. Zusätzlich nutze ich die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsfunktion des Spider Farmer GGS Controllers. Das Licht wird zu Beginn langsam hoch und zum Ende wieder heruntergedimmt. Das verwendete Netzteil besitzt eine 1-10 Volt Dimmerschnittstelle und ist damit kompatibel mit dem Spider Farmer Controller sowie den zugehörigen Steckerleisten. Details zur Pinbelegung und zur Anbindung von Drittgeräten findest du in meinem separaten Video zur Nutzung des GGS Controllers mit Fremdhardware. Wichtig! 1-10 Volt Netzteile können nicht komplett über den Dimmer abgeschaltet werden. Selbst bei 0% läuft die Lampe mit geringer Restleistung weiter. Um sie vollständig auszuschalten, ist eine zusätzliche Zeitschaltuhr oder die Nutzung einer schaltbaren Steckdose an der Spider Farmer Steckerleiste nötig. Falls dein Netzteil 0-10 Volt unterstützt, entfällt diese Einschränkung. Hinweis zur App. Die eingestellte Zeit markiert jeweils den Beginn des Sonnenaufgangs und das Ende des Sonnenuntergangs. Wenn zum Beispiel 20 Uhr als Sonnenuntergang gewählt wird, erreicht die Lampe zu diesem Zeitpunkt 0%. Eigentlich wollte ich mir nicht noch mehr Ausrüstung hinstellen, aber das 40x40 Zelt steht jetzt bereits und vielleicht finde ich ja noch irgendwo Platz, um es sinnvoll zu nutzen. Was meint ihr? Wäre ein Test spannend, wie viel man mit 50 Watt in so einem Mini-Zelt herausholen kann? Ich würde dafür die Sunlight Sticks 50 einsetzen. Das Set mit der kleinen Homebox gibt es jetzt auch in meinem Shop. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht wird daraus ein kleines Experiment. Das wäre dann auch eine gute Gelegenheit, meinen kleinen, wiederbefüllbaren Aktivkohlefilter mit integrierten Lüfter und Vorfilter zu testen. Mehr zu diesem Teil dann in einem separaten Video. Im nächsten Update zum Docht System Grow zeige ich euch das Under Canopy Light dann im praktischen Einsatz. Bis dahin dauert es noch rund zwei Wochen. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, mein Video zum Docht System findest du hier eingeblendet. Bis zum nächsten Mal.